Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren verblödelten Runde-Wertung aus. Und hier schauen wir gerade Ben Lachser. Ja, okay, ich starte Runde 8. Ja, okay. Ja, okay, da seid ihr meine Farbe durch. Timon und die Kontraste in Bayern ist der Nächster. Das hat mich auch so neulich gesehen. Natürlich. Das sind einfach die geilsten drei Worte meines Lebens. Wir haben uns jetzt nur gelacht. Ja, der Milchreis. Und was mach ich jetzt? Nein, der ist ein richtiger Flaschenkopf. Guck dir den mal an! Ne, mit seinem Ziegenbart und seinen drei Haaren aufm Kopf. Einen Moment. Der Herr Morse! Guck dir den mal an! Guck dir den mal an! Hahahaha! Weißer! Hahahaha! 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 Oh schiesel die Desel! Hahahaha! Oh schiesel die Desel! Hahahaha! Ich glaube ich nenn die Runde Ben Lachster im Video! Hahahaha! 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 Vor allem des! Und schau mal den Chat! Schau mal den Chat! Hahahaha! Der macht Milchreis gel! Daaaaaaaaaaaaaaaamm. Oh shit. Guck dir diesen Hurensohn doch mal an. Daaaaaaaaaaaaaamm. Oh shit, das zieht der so. Ich bring dir einfach verblödelte Runde Betos mit, ähm, der Lexa hinterkommt. Das Alter, komm, geh runter. Das ist die 52! Das ist die 52 anno! Jaa! Daaaamm. Haha, der hat alles so. Ich muss mal ganz schnell zwölf Gold zusammensparen. Du kannst mal bei uns im Space bewachen danach, oder gucken ob da einer ist. Ja ok, ich bin sicher schon da. Ah! Ja! Ja, ja, ja. Das alles geht, das ist eigentlich ganz schön gut. MAAAN! Oh, Moment! Jetzt erlebst du eine verheißlose Lidder und seine Fickfratze dazu. Ich sie mal heißt, der Schneebesen geht nicht. Kipp dir mal. Achtung! 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 Du hast keine Platz. Keine Platz. das Gelände damn oh, schwer so sieht das der scheiß Palutenskin klaut mir wieder alle Kills ist das gut? NEIN und er hat es geschafft und er hat es geschafft und er hat es geschafft ihr hört es geschafft so richtig wie so'n verblödetes Hornsornkind damn oh, shit little alle rot was hielt da? Achtung 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 und er hat das Bett eingebaut bei wem? bei uns nein, ja, ich aber nur ganz wenig och man, das ist wieder typisch unser Team keiner ist in unserer Base ne, ich begegne jetzt kein Selbstmord um wieder unser scheiß Bett zu protecten, ja gut, wir haben ihn wieder ich habe nämlich jetzt ein Eisenschwert und die Menge tobt oh, shit oh, die Diesel ja, wollen die Fabian, Fabian und die Menge tobt und die Menge tobt damn oh, shit oh, shit die Diesel ich habe einen Iron Sword of Life mach wieder Ben Laxan nein doch bitte ja, was geht beim Video gar nicht ja, und? dieser kleine Arsch dieses kleine Wichskind dieser hässliche Fickfratzensohn sag nein, sag nein, sag nein, sag nein jetzt grad nicht haha ähm, bitte? ja 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 damn daaaam oh, scheeseoh, wie cäß na, die dürfen nicht rumbrüllen do, dass du gesagt wir könnten ja, ist da was mit halb 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 halb, halb halb, halb halb, halb halb, halb, halb ja, da können wir nicht mehr rumbrüllen Hä? ich habe mich die ganze Zeit mit der Brülle aufgespart für wenn sie schlafen ja oder daaaam daaaaam Oh, Schesel, die Desel. Ja, keiner ist wieder in unserer Base. Nee, ich bleib jetzt nicht in unserer Base. Nee, weil mich regt's einfach auf, dass immer wenn ich Gold hab, kommt keiner und unterstützt mich. Und wenn mal dieser behinderte Palutengold hat... Paluten hat Gold! Wir müssen ihnen alle helfen. Das regt mich so auf. Eigentlich hab ich überhaupt keine Lust mehr auf Bad Wars. Warum? Ja, weil's scheiße ist. Was macht daran Spaß? Ich bin eh mal ein dummen Teams. Damn. Oh, Schesel, die Desel. Ich bin eh mit der Klo-Rolle die Hache. Ich bin eh mit der Klo-Rolle die Hache. und die Begge, sie tobt. Damn. Oh, schesel, sieht der so. Wieso machst du immer aus? Hä? Weil. Och man. Ich will mich aber nicht ganz so sagen. Ich will mich aber nicht konzentrieren. Wenn ich mich konzentrieren, macht Bert, du hast keinen Spaß. Damn. Oh, schesel, sieht der so. Damn. Oh, schesel, sieht der so. Damn. Oh, schesel. Ach so, so hast du deinen Sachen gesagt. Ja, und gleich werde ich sowieso wieder gerackt. Aber wer bist du? Bei Grün. Bei Grün, ist er kein Beck mehr. Ja, da habe ich mich aber equippt. Guck, ich werde schon wieder gerackt. Ja, mit seinem Überbogen da, oder mit seinem Heck. Weil der den Überbogen macht, mehr Schaden. Ja, das ist voll der Lappen. Versuch mal von Team Dealer, sozusagen, das Bett abbauen. Abzubauen. Wieso soll ich das Bett abbauen? Weil wir einmal wissen können. Ja, aber ich habe das Equipment. Dann soll ich das Bett abbauen. Ja, ich mal Genius 20. Oh, schesel, das ist nicht mehr ausrasten, der. Ja, leider. Damn. Oh, schesel, sieht der so. Oh, der hat den Fücken rein. Bitte geht er zu euch in die Base, bitte. Warum? Ja, dann kann ich endlich in die Mitte. Was soll ich machen, wenn da vier Leute von Team Lila an der Base sind? Er fällt einfach nicht runter. Ich wäre bei seinem Über-Knockback wieder runtergefallen. Bam. Oh, schesel, wie desel. Hä, seit wann ist von Team Rot das Bett weg? Ich weiß noch. Jawohl, ich habe den Über-Knockback von Team Rot. Ich habe zwei von Team Lila. Und es war nicht der Paluten. Ne, ich war es. Ist über Team Lila unterwegs? Keine Ahnung. Gut, aber der ist auch kein Lila unterwegs. Sollten haben sie auch nicht. Doch, der eine hat auch einen Bogen. Ja, dann kann ich wieder herren. Ich rand. Boah, jetzt haut er wieder ab. Sollen wir uns wieder ganz hoch bauen, dann soll ich wieder mit einem Fallschirm kommen? Ja, mach. Wie tun wir jetzt mal einen Bogen? Und zwar, wie kommen wir mal. Oh, schesel, wie desel. Hoppala. Ach, von denen haben zwei Leute einen Bogen und ich bin alleine. Oh. Mann, wieso holt er sich keinen Bogen? Komm, auch gleich jemand. Zwei habe ich vorhin getötet. Das weiß ich, aber. Aber immer, wenn ich sie kurz down habe, dann kommt dann anderer oder die verpissen sich. Oder beides. Schau mal, sie müssen schon eine Wand bauen. Und ich bin allein und ich soll das heißen. Oh, Bash, Skills. Kann ich eigentlich auch mal wieder Gold haben? Jupp. Ja, ne, weil er nicht spawnt und ich werde die Bühne verhalten muss, weil ja kein anderer mit einem Bogen kommt. Ja, ich habe einen Bogen. Ja, dann komm mal in die Mitte. Die sind zu dritt und boss spamm mich. Ja, ich habe auch noch was. Ja, ich habe auch noch was geschaut. Ja. Komm. Ja, komm. Neh, mal so ein komplettes Team. Nicht immer nur zwei Leute. Das ist doch dumm. Der hat solchen Hacks. Man kann ihn... Ich treffe ihn immer genau und der kriegt einfach keinen Schaden. Was soll ich können? Man muss halt noch den Schaden machen. Ja, aber ich habe ja noch nicht genug Gold. Ich bin am Boden richtig stark. Habt ihr alle schon? Ich habe ihn... Und sie alle schon mal runter. Ne, ich habe ihn getötet. Ja, jetzt bekommt er... Sie sind überwiegendwie w manosleiden. Ne, ich auch. Ich habe eine Stadtrobeband. Daovan, es macht das Gold? Dann kann ich mir... Danke. Bitte bitte. Das wird mehr so. Oh, der ist so ein loser. Okay, ich hab' mir den. Spau-Spam ist von der Dachshund. Wenn sie uns die ganze Zeit Bau spammen, wenn sie keinen Bau hätten, könnten wir einfach rüber. Mann! Ha, ich treff' ihn trotzdem. Das Problem ist, irgendwie hab' ich das Gefühl, auf Revy bringt der Stärketrank ja nicht mal was. Ich liess es von oben weiter ab. Der Palace Skin macht überhaupt nix. Er ist nicht mal in der Mitte. Okay, ich equip' mich mal. Daaaam. Daaaam. Oh, Schesel, Liedesel. Daaaam. Oh, Schesel, Liedesel. Okay, der einer hat probiert, das Konzimmer zu bauen. Warte mal kurz. Als allererstes einen Stärketrank, dann das, dann das. Okay, dann tue ich mal das hier. Zack, zack, zack. Ich hab' nen Trank der Sprungkraft, nen Trank der Stärke, äh, und nen Goldapfel geholt. Okay, wir bauen Spam jetzt von hier oben. Bis sie einfach tot sind und dann rushen wir rüber. Na gut. Theoretisch könnten wir uns auch alle vier Enderpellen holen. Die sind in der Mitte. Hey, wie? Der hier passt auf wie so'n Luchs, alter. Das muss ich schon sagen. Bist du in der Best? Nein, ich jag den ein gerade. Daaaam. Er passt bitte auf. Nein. Mann, jetzt bisschen. Lassen. Ich hab' ihn. Der hatte, ähm, übel viel Ding. Der hatte übel viel, äh... Gold. Ah, gut. Ich hab' ihn aber getötet. Ja, gut, hol' ich mal einer. Ich... Der war gerade den Weg von Rot zu Lila. Ja, und? Ah, nein, Simon, komm mal. Da hinten. Ja, ich weiß aber, die wrecken den doch eh. Nein, dann gehen wir hier nicht loslegen. Ja, können wir jetzt mal rushen? Hm? Klappst du? Ja, Moment. Na, jetzt sind sie wieder da. Ja, 19 Minuten. Gut getimed, Philip. Mein Bogen geht bald wieder im Arsch. Damn. Oh. Schesel wie desel. Wieso raffen sie nicht? Ich treff sie überall. Wie sie sich Bases überall bauen. Ich hab' den ein-, zweimal hintereinander. Junge. Ja, okay. Aber das ist gut. Die beiden... Ja, nee. Ja, aber das sind... Das sind One-Shots. Und... Dann bekommen wir sie wieder. Und dann... Verrecken wir wieder. Achten Sie dann. Ich weiß aber, der hat sowieso keinen Bogen. Der ist runtergesprungen. Hol' ich jemanden. Änder keine. Wieso die? Die haben am wenigsten Skill. Die sind so blöd. Ich weiß... Ich weiß nicht. Es gibt immer wie ich lasse es. Du wirst mich langweilig. Das ist schön wie dieses. Vor allem... kommst du ich hab den Eingleichen Bogen ich hatte einen Bogen doch einen noch ich bin aber bei denen gerade in der Base und den recke ich dann auch noch ich bin gerade oben bei denen auf dem Turm kommt ihr mal bitte ich glaub ich hab gleich den anderen mit dem Bogen nein der hat sich wieder verpisst ok du hast ihn Herr hast du ne Spitzhacke bau dich von hinten hoch auf den Turm wo ist den Eingleichen Bogen weiß ich nicht achten hä wo bist du bau dich doch hoch mein Bogen ist gleich im Arsch ich hab noch einen von denen ich mach den nein da war der Bogen ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab alle mit dem Bogen ja ok das hat immer gekriegt und verlor ja und der mit dem Bogen ist da und das war das du bringen musstest ja ja sag ihm das ja jetzt sind alle tot ja jetzt soll ich wieder die ganze Base sauber halten die ganze Zeit geiles Team sag ich doch alter ich wreck hier einen nach dem anderen ja jetzt kommt er mit seiner scheiß Ender Perle wer der eine wieder alter die sind da zu zweit ja ich hab ein ich hab ja wohl ich hab ich hab 0,5 herzen wo ist der kann ich machen wenn ich ich wüsste wo die sind ich hab erster bitte ich hab ich hab einfach runter wo ist der wo ist der ich hab ich hab als er gibt ja mal die abgenutzt meine Rössi ist von ganzen Zeiten und mein Schwert hat auch schon Dürbenskollern C C C Alter ich hab alle gekillt ja wir haben nex ja ach so ja schaut doch beim Phillip auf dem Kanal vorbei und ciao